das ist nütz kann ich so viel pech haben das ist ja ich hab ich kann nein ich will aufspielen was das kann ich so pech meinst du kalt joh joh ah lämme bilde tutaj god i just wanna built building houses in minecraft it's relaxing these days ok it's looking pretty neat i think it's all about the details now the fun stuff We're gonna make some bandage Sven. It's gonna be epic. We got red bandage to the pool. We got red bandage to the pool. We got a lot of stuff to the pool. I know what I'm doing. No, I don't. I just want to go to the pool. Oh my god, turtle! Arsch mich nicht. Nee, das kann nicht sein. Nee, dicker, das ist einfach nur scheiße, das Spiel. What? Okay, ich verstehe. Das ist ein Kleidungsoberteil mit der Wiese. Das ist ja wohl insane. Oh mein Gott. Wir hätten das gewonnen. Wie unlucky ist das? Ich hab keinen Bock mehr. Das kann einfach nicht sein, Junge. Wie viel... Alter, ich raste aus. Ey. 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 Junge. Wie kam man denn so rein? Junge. Wie kam man denn so rein? wingser. Ja. Bis zum nächsten Mal.